Musik 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 Stoppen Gas raus Hoch die Hand Beschleunigen Sie das, zweite Stufe Richtung, bleib zu Leicht links halten von der Richtung Licht rein Nächsten 60-70% Beschleunigen Zweite Stufe Und los geht's Stoppen, hoch die Hand Gas raus 100% Beschleunigen Los geht's Stoppen Hoch die Hand Gas raus Mehr Klappen Großer Deutlicheres Stopp Gleich noch einen Geht schon Stopp Hoch die Hand Gas raus Perfekt Seitenwechsel 50-70% Und los geht's Stopp Hoch die Hand Hoch die Hand Gas raus Perfekt Umdrehen Richtung Landeplatz Links herum Bremse es in der Hand Weiter nach Reinwillgewicht Nimm hinten den Rollgurt dazu zum steuern Und 100% beschleunigt Auf der rechten Seite Das geht's Selbstständig Mitkippen Aufpassen Hüfte rein Aber der Klapper groß ist Das wirklich mitkippt Dass der Klapper nicht aufschnalzt Gleich nochmal Tipptopp So geil, Michael Bremse abnehmen, Michael Mal näher Richtung Ufer Bleibt von der Richtung her Kompakte Sitzhaltung Halbe Wicklung Drehen wieder recht zurück Richtung Ufer Kompakte Sitzhaltung Ellbogen herbei Pass auf Beim runterziehen Dass man Bremsen langsam vor Auf Karabinerhöhe Eine Seite durchziehen Die dann wieder nachgeben Wenn die andere abgerissen ist Die Hüfte folgt der Bewegung Ganz locker bleibt hinten im Gurtzeug Los geht's Bremsen wir runter Auf Karabiner Mal halten Sogar einen Zentimeter tiefer noch Eine überziehen Durch Halten Halten Füße rein Bisschen Zentimeter höher Die Bremsen Halten Und jetzt führst Die Steuerleine nach oben Führ sie raus Hoch Führ Mach nix Hoch die Hände Perfekt Cool Superschön Wir wollen ein bisschen tief mit den Bremsen Für den nächsten Passt aber gut Drehen wir um Links herum 90 Grad Bleibst so aus In der Richtung Wir fliegen Ansatz negativ Heißt ganz leichte Bremse Beidseitig Links langsam beginnen Zügig durchziehen Wenn er abreißt Hoch die Hände Sollte er schießen Stopp Das geht's Hüfte locker Links durch Tief durch Hoch Das war's schon Sehr gut Leichte Bremse beidseitig Ganz leicht Rechte Seite Langsam beginnen Konsequent Tief Durch War noch nicht abgerissen Ja Kleiner einmal Ganz leichte Bremse nur Hoch 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 Ganz leichte Bremse nur beidseitig Leichte Bremse Rechts nochmal Überziehen Tief Hoch Genau Und ein bisschen weiter durchziehen Nochmal Winkelseite Tief Hoch Genau Und jetzt Richtung Landeplatz Michael Blick der Gewicht herrscht da an die Bremse Nehmt die Höhe mit für die Landeenteilung Höhe mit Höhe mit Höhe mit